Können wir das da jetzt hoffentlich machen? Robby, nicht in der Aufnahme jetzt, aber ich komme dann auf jeden Fall in TS. Aber dann kannst du mir das erzählen. Ich weiß jetzt echt nicht, was du meinst. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Entweder stehe ich auf der Leitung oder keine Ahnung. Aber ich komme dann auf jeden Fall zu testen. Nur nicht jetzt während der Aufnahme. Ja, wir brauchen hier mehr Wumms. Definitiv. Aber es geht eigentlich. Es geht eigentlich. Es geht gerade noch. Den Stapel müssen wir so langsam einstellen. So, den Hammer. Jetzt den da vielleicht. Ja, noch komme ich klar, Leute. Noch komme ich klar hier. With sexes. Es werden jetzt jeden Moment Stahlblumst kommen. Ich muss hier jetzt echt was machen, wie Stahlblumst. Das habe ich den Arsch so oft, wenn das nicht mehr weitergeht. Oh, scheiße. Das wird böse hinten jetzt. Das wird böse hinten. Da kommt viel. Aber es geht sich aus. Halleluja. Es geht sich aus. Boba, das ist knapp, ey. So, wir haben was gegen Stahlblumst. Aber auf einem dicken, fetten Garkenschlauch, Robby. Nee, aber ich komme dann schon. Spätestens, wenn ich hier fertig bin. So. Wir müssen den hier upgraden. Ganz einfach. Der braucht mehr Wumms in der Hose, sonst geht hier nichts. So, dann den hier. Wave 8. So, Hammer. Wir müssen ein bisschen Kohle hier verdienen. So, dann machen wir eine zweite Spike Factory zum Aktivieren. Und zwar hier. Danach schauen wir mal Richtung Fabriken. Dass wir diese Spike Farmen hier. Die ein bisschen auf Vordermann bringen. Die drei da. Dass wir ein bisschen Geld auch kriegen. Das kostet schon einiges hier. So. Das machen wir noch. Oh, scheiße. Fuck! Oh, shit! Böse! Aber hey, geht sich aus. Ähm, wir nehmen das Dörfchen hier. Dann kann man die schön billig upgraden. Ja, von 3,265 auf 2,860 runter. Das geht. Da kommt aber trotzdem sehr viel. Gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir nicht. Wo sind wir denn? Wave 12. Wave 12. Ich will es jetzt schaffen. Und zwar einwandfrei. Weil nur so kriegen wir nämlich... Ähm... Doppelblues dort. Sonst nicht. Aber es sieht ja nicht so schlecht aus, was wir machen. Wave 13. Wir müssen den hier auf Max langsam, aber ist das Gefühl. Sonst wären wir hier böse in die Fresse. Oh, scheiße. Ich muss den auf Max jetzt. Sofort. Einfach sofort. Das kriegen wir sonst nicht hin. Oh, scheiße. Oh, scheiße! Nein! Ihr Hunde, ihr Dreckigen! Diese Drecksherzen! Jedes Mal werde ich von denen gefistet. Diese Dreckssäcke. Ah, Mist! Ja, okay. Machen wir nur einen zum Aktivieren hier. Wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin. Ich weiß zwar nicht, wie wir uns hinkriegen. Dann machen wir mal zwei hier. Scheiß Dreck! Aber okay, kann ja passieren. Das ist verschieden. Also hier sind es 29. Das siehst du da rechts oben. Eins von 29. So ein Scheiß. Jetzt habe ich hinten reingekriegt. Aber so richtig hart. Alter, jetzt habe ich echt hinten reingekriegt. Das ist nicht gut. So, wir haben den da vergessen zu setzen. Der ist ja free. Kann auch mit mischen, der Kleine hier. So geht das besser, weil dann muss ich ihn eben nachlegen. So, noch mal Kohle hier. Im Moment geht es nur klar, aber da wird jetzt gleich mehr kommen. Und dann noch geht es. Oh Scheiße. Das wird zum Nachlegen, das sage ich gleich. Noch ein paar Mal nachlegen, aber ist schon okay. So, wir brauchen jetzt so einen Ninja hier. Dann müsste es gehen. Ich kriege ja eh Geld. Also ist okay. Und den setzen wir hier hin. Einmal Upgrade rechts, links. Und dann das da. So, das Game ist nicht so schlecht, Robby. Du weißt, du magst das nicht, aber es ist echt geil. Es ist einfach verteidigen gegen diesen Scheiß hier. Aber es ist wirklich strategisch. Weil so einfach, siehst du, ist es nicht. Muss dazu sein, ich spiele jetzt wirklich schon im Profibereich. Da ist alles sauschwer. Und dann mache ich auch noch Hardcore. Das ist eh schon wieder so ein Fehler. Aber, ich kriege das hin. Ich kriege das hin. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich kriege es hin. Nein! Diese kleinen Wichser. Alter. Müssen wir nochmal Rister hatten. Ich darf keinen durchkriegen, sonst kriege ich nicht doppelt Geld. So eine Scheiße, ey. Ist mal der Arsch wieder durch. Mann, jetzt geht es mal auf den Piesel. Aber, ey. Diese kleinen Wichsbiernen hier, ey. Mann, was geht denn mit den Pissern hier ab? So, dann machen wir es anders. So, machen wir es so. So geht es hoffentlich besser jetzt am Anfang. So, Minimum Upgrade haben wir. Ja, tut mir leid. Müssen wir nochmal anfangen. Aber ich werde es schon hinkriegen. Irgendwie kriegen wir es schon hin. So, ich komme mal da runter. Dann bin ich schon wieder die Kohle für den Dritten hier. Jetzt sparen wir auf die Spike Factory. Wir kriegen es schon hin. Keine Angst, Leute. Wir kriegen es hin. Ich weiß nicht wie, aber wir kriegen es hin. So, diesmal geben wir es anders hin. Nämlich da hin. Der muss kapcredet werden hier. Oh, Scheiße. Geht sie so aus? Muss man mal kurz warten. Jo, geht sie aus. Alles klar. So. Wir müssen jetzt wirklich ein bisschen mehr aufpassen hier. Ich darf hier nicht so... Ich sage mal großkotzig herumähern. Sonst geht es wieder in die Hosen. Es kostet mir jedes Mal drei Schachteln hier. Ich habe mir nun endlich Schachteln. Muss langsam was werden. Okay, geht sie aus? Ja, so geht es besser. Wui, vier, Leute. So, jetzt haben wir hier zwei. Das geht auch noch klar. Den zurückschießen. Jawohl. Dann bereiten wir den hier vor. Wui, fünf. Ja, Hardcore heißt. Pass auf, ich erkläre das mal. Für die, die es nicht wissen. Hardcore bedeutet... Nicht so wie in Battlefield natürlich. Das ist ein anderes Hardcore. Aber es ist schwieriger. Das sagt ja schon das Wort. Und zwar ist es insofern schwerer, dass die Tower mehr kosten. Dass mehr hier runterkommt. Aber vor allem, dass die Tower so viel mehr kosten. Ich glaube 20% über den Daumen mehr. Das ist ein Riesenproblem. Weil ich habe nicht mehr Geld. Sondern ich habe nur mehr Kosten. Und das ist ein Riesenproblem. Also wie man sieht, ich muss jetzt schon zum dritten Mal anfangen. Das ist auch noch ein sehr schwerer Level. Man sieht ja, ich muss mich voll bemühen hier. Aber ich kriege es hin. Ich kriege es hin. Ich weiß nicht wie, aber ich werde es schon hinkriegen. Ja, hier will ich dann in die Spike Factory zum Aktivieren hin. Das müsste ja auch gehen. Das ist ja nicht der einzige Ninja. Wir nehmen da auf jeden Fall nur einen zweiten. Oh, scheiße. Ja, da kommt wieder einiges. Aber das halten wir auf. Das ist kein Problem. So, Wave 7. Jetzt schauen wir mal. Kriegen wir das vielleicht endlich mal hin? Ich muss auch aufs Geld schauen. Wir müssen die Farmen hier bringen gar nichts. Die hauen die Bloons nicht. Die bringen nur Geld. Aber mit Geld kann ich mal Tower kaufen. Mache ich die Farmen nicht, habe ich später viel zu wenig Geld. Die sind sehr, sehr wichtig. Aber man sieht, man muss so ein Gleichgewicht finden und das ist absolut schwierig. Im Moment schaffe ich es. Im Moment schaffe ich es. Aber wer weiß, wie lange das bleibt. So, wir haben jetzt mehr Spikes. Das läuft auch. Jetzt muss ich den hier auf Max bringen. Dazu brauche ich 3200. Ey, wo soll denn die Kohle her, Devin? Mann, da hast du kein Geld, Scheißer. Oh, pass auf. Jetzt kriegen wir das hin. Also, Wave 9. Ich werde den jetzt auf Max. Das ist absolut nötig. Ey, 3200. So ein Scheiß. Teuer, der Pisser. So, Hammer. So, jetzt bin ich aus dem Schneider. Der wehrt man jetzt fast alles ab. Nur Stahlblumst nicht. Alles andere haut er weg. Aber Stahlblumst nicht. So, geschafft. Mehr Spikes. Wave 10. Wenn der da auf Max ist, der haut 5 Sherrycans raus. Das geht auf jeden Fall gut weg hier. Jetzt kann man das gemütlich abquälen hier. Der hält jetzt fast alles auf da. Das geht gut weg. So, dann nehmen wir das hier, dass die Upgrades hier billiger werden. Von denen innerhalb dieser Range werden die Upgrades billiger. So, die 280 kriegen wir gleich hin. Das soll jetzt nicht das große Problem sein. Wow. Können wir auch fehlen. Oh, Scheiße. Das wird... Oh, Fuck. Oh, Junge. Das wird hart hier. Hanno Bar hier hin. Das wird knapp. Ne, jetzt geht sie aus. Boah. Knappe Sache. Knappe Sache. Ich darf keinen einzigen durch. Wenn man hier kein einzigen... Ich habe 185 Leben. Wenn ich aber kein einziges verliere, dann kriege ich doppelt, äh, Bluestone. Und die brauche ich. Das ist verdammt wichtig, weil... Ja, wie soll ich sagen? Bluestone, das kriegt man nicht so einfach. So, dann lad mal den hier hin. Oder... Ich warte mal hier hin. Hier auf der Brücke aus der Gemeinde. Er ist vielleicht nicht mal so blöd. Das könnte man probieren. Geht man den hier hin. Zack, boom, bang. Da sitzt er einfach unfertig. So. Aber es geht ja leichter, weil der auf dem Axis ist. Der haut da fünf Sherrykins rein. Siehste, der rollt ordentlich auf. Dann können wir das jetzt schön machen hier. Jawohl. Ich glaube, jetzt habe ich den Dreh raus. Cheaten, ey. Hier wird nicht gecheatet, Robby. Cheaten, machen, weiche Eier. Alter, hier wird nicht gecheatet. Alter, cheater an die Wand. So, da kommt wieder ein Haufen. Aber diesmal haben wir es unter Kontrolle, die Herzen. Denn der hilft hier mit. Das geht auf jeden Fall. So. Also, Wave 14, ladies and gentlemen. Oh Gott, da kommt ein Boss. Wir müssen die Stahlbluns hier loswerden. So. Dann müssen wir das hier upgraden. Scheiße, der muss weg hier. Oh fuck. Jetzt heißt es nachlegen. Wow. Haben wir das sogar hingekriegt? So, wir müssen den jetzt hier echt upgraden. So, haben wir die dicken Dinger sehen? Oh fuck. Da kommt eine Portion. Scheiße. Aber es ist machbar. Es ist machbar. Dann werden wir den auf Max hier. Wave 15 is in the house. So, den haben wir auf Max. Läuft. Jetzt machen wir direkt an den Tower gegen. Da bin ich ein bisschen drübenannt gerade. Gegen die Bosse. Das heißt hier die rechte Seite. Das ist ein rechten Tier hier. Ja, das geht schon. Die dicken Dinger halten die jetzt auf. Das passt. Kein Problem. So, läuft. Wave 16. Wave 16. Hier brauchen wir auch ein bisschen mehr Kohle. Wave 17 von 29. Wir kommen vorwärts. Hoffentlich kommt jetzt kein Roter. Ich habe so das Gefühl, es kommt gleich ein Roter. Warte, da kommt ordentlich was. Aber es gibt auch gut Kohle, das Ganze. Wave 18. Wir kommen vorwärts. Sehr viele Stahlkluons. Aber es läuft. So, sehr schön abgegradet. Jetzt ist der dran mit Upgrades. Jawohl, diese zwei Ninjas, die retten mich vor den Herzen. Die Herzen sind immer die Ratten in dem Spiel. So, gegen den Bosse haben wir auch was. Läuft. Oh, scheiße, ein roter Fuck. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Aber ich glaube, den kriegen wir. Jo, kriegen wir hin. Ziemlich gut sogar. Sieht ein bisschen wild aus, aber wir sind aus dem Schneider-Grupp gesagt. Wave 20. So, sehr schön. Aktivieren habe ich, wenn es mal zu viel wird. Zack, auf den Knopf. Und dann sind überall Spikes. So weit sind wir jetzt. Sehr viele Keramik, aber das ist okay. Nee, es geht. Komm, wir mal klar. So, schauen wir mal, ob wir noch einen von denen upgraden. Wave 21. So, das werden wir jetzt eh machen, oder? Nee, muss man nicht aktivieren, geht auch ohne. Man muss immer schauen, dass man das Ready hat für Notfälle. Nicht einfach so verwenden. Das ist sicher nicht der richtige Weg. So, Wave 22. So, der erste Farm ist auf Max. Jetzt haben wir eine Fabrik. Läuft. So. Da werden wir mal. Ja, upgradeen wir den einen hier noch. Zwei rote, aber das geht klar, würde ich... Naja, es wird knapp. Wisst ihr was? Wir machen mal... Boom! So schaut es aus. So läuft es. Das war jetzt echt fällig. So, jetzt werden wir aber nichts mehr da hinten upgraden. Jetzt machen wir noch mehr Tower. Das heißt, den kann man verkaufen. Wir machen den zweiten zum Aktivieren. Und zwar hier. Zack, zack, zack. So läuft es. Oh, scheiße. Da kommt ein bisschen viel. Aber es geht sich noch aus. So, haben wir ready alles. Die Tower werde ich dann verkaufen. Da kriege ich auch eine horrende Summe drum. Zwei rote. Die sind kein Problem. Locker, zackig und lockig gibt es aufs Maul. So, wir werden das hinkriegen. Aber da wird nun ein grüner kommen. Aus einem grünen kommen vier rote. Und aus jedem roten vier blaue. Das heißt, 16 blaue hast du da im Arsch. Aus einem grünen, das ist richtig giftig. So. Stellen wir hier mal. Das hin. Dann kriegen wir hier mehr raus. So. Das passt so. Jetzt haben wir hier die ultimativen Spikes. Wave. Wave. Wo sind wir? Wave 26. Ja, jetzt kriegen wir das locker, zackig. Ich locke ich hin. Jetzt ist kein Problem mehr. So, nehmen wir sogar das da noch. Kriegen wir mehr Kohle. Elektro-Ding nehmen wir auch da noch. So, zweimal aktivieren. Aber ist kein Problem. Hier sind sogar auch die Dickenspikes. Eine schöne Range. Absolut kein Problem. So, locker, zackig, flockig. In die Wave 27. Ein paar Ninjas mehr sollte es immer geben. Dann machen wir nach der Runde. Ja, ich weiß, jetzt kommt ein bisschen viel nach hinten, aber der Tower macht das hier. Ist kein Problem. So, jetzt verkaufen wir die Scheiße hier. Dann haben wir Geld ohne Ende. Elektro-Schocker ist in the house. So. Die stehen außerhalb der Range. Das ist blöd. Denkt man mehr, wenn die da drin sind. Darum werden wir den verkaufen. Den da hinstellen und den auch verkaufen. Und den stellen wir hier hin. So, Range angucken. Passt. Dann nehmen wir hier noch einen. Riesen Range. Wir haben genug Kohle jetzt. Da wird uns nichts mehr dazwischen funken. Das garantiere ich. So, jetzt haben wir fünf von denen. Wunderbar. Ich würde sagen, wir nehmen einen dritten zum aktivieren. Hier. Und einen vierten zum aktivieren. Hier. Und wenn wir so schön gierig sind, einen fünften zum aktivieren. Zack, boom, bang. Ruf 28, Leute. Der Elektro-Schock, der haut die weg hier wie warme Simmel. Läuft. Was für ein schwarz? Rechts, links meinst du, der schwarze Balken. Das ist, weil ich nur hier die Fläche aufnehme vom Spiel. Das Spiel ist ein Browser-Game. Weißt du, das ist nicht... Was soll ich sagen? Es ist nicht am ganzen Bildschirm. Da hast du einen Balken. Das ist wie so ein Kinofilm, musst du dir das vorstellen. Und da hast du dann diese schwarzen Balken. So, Wave 29, die letzte Wave, definitiv. Und dann haben wir die Scheiße. So, einmal aktivieren hier. Aus Sicherheitsgründen gleich. Jawohl. So, jetzt müsste ich den hier auch gleich... Jawohl, Hammer. Oh, da ist der Grüne, die Ratte. Bringen wir aber hin. Lassen wir mal die hier durch. So, zwei Grüne, ihr wollt mich doch verarschen. Alter. Aber ist egal, das kriegen wir locker, zackig, flockig hier. So schaut's aus. So, wir spiken jetzt alles zu einfach hier. Schaut euch diese Spike-Party an, ihr Mann. Alter Falter. Fickt der Hund die Henne. Hammer hingekriegt. Boah, ey. Was für ein Scheiß-Marathon, ey. Da kriegst du ein Herzinfarkt hier. Boah. So, was nehmen wir denn? Hammer Artillerie, haben wir nur zwei. Hm, aber Artillerie ist scheiße. Bringt mir eigentlich fast nichts. Nehmen wir den. Bringt mir auch nichts. Nehmen wir den. Einfacher Tower. Zack, boom, bang. So, dann gehen wir nur mal kassieren. Und dann werden wir... Speichern, Leute. So. Dann werden wir mal ein bisschen speichern. Zack, boom, bang, bash. Haut hin. 214.000 haben wir ihn hingekriegt. Boah. Ich bin eigentlich zufrieden. Es läuft. Hat sich rentiert. Das hat sich auf jeden Fall rentiert. So, jetzt werden wir hier nur abkassieren. Dann gehen wir da runter. So, hier das Content-Territory können wir noch machen. Zack. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.